Ja, da bin ich mal wieder viel zu spät dran heute, ich weiß auch nicht, warum das immer so kommt oder manchmal, aber ich hab wieder rumgetrötet, keine Ahnung, ich wollte eigentlich viel eher schon aufnehmen und jetzt ist es doch wieder so spät geworden. Zwar nicht wie letzte Woche, da war es ja extrem, aber ja, trotzdem wieder eine Stunde später zumindest, also wenn nicht sogar zwei, als ich eigentlich wollte, ich hab da jetzt wieder einiges ausgetauscht oder beziehungsweise es kam noch was dazwischen wegen Studium und da musste ich dann auch reagieren, ja, waren mehrere Sachen und dann hab ich halt noch eine andere Aufnahme auch vorgezogen, weil die wichtiger war erstmal als die hier, weil ich will die hier natürlich nicht wegfallen lassen. Oh, guck mal hier, gibt's billig Stein, ähm, ne, mal mit auf jeden Fall. So, dann das, äh, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, was ich die Folge machen soll, ähm, letzte Folge war ja dann wieder vom Thema her eigentlich auch ganz gut, ich glaube, ich greife mal auf der anderen Dings an, da haben wir ja nicht so viel dabei gehabt letztes Mal, oder? Also generell letzten Mal nicht so, und deswegen würde ich da gerne ein bisschen nachlegen, auch in Clash Royale waren wir ja nicht so aktiv, ähm, ja, ich hab natürlich jetzt auch wieder nicht so viel Zeit, weil ich mich hier beeilen muss, aber wir können mal schauen, was ich so schaffe, ne? Genau, einfach mal drauf hier, ohne Wenn und Aber, ohne zu überlegen, so ein bisschen, äh, offensiv rangehen, und vielleicht wird's dann ja was. Wir haben ja jetzt die auch hochgelevelt, eventuell sind wir dann besser. Ich glaube, das haben wir nach den Kämpfen fälschlicherweise gemacht, hätte ich eigentlich mal eher drauf kommen können, aber egal. Und ich glaube, ich hab diese Dinger hier auch hochgelevelt, ne? Das war, glaube ich, auch ein Fehler, weil die uns gar nicht so viel bringen, also da hätte ich irgendwas anderes nehmen sollen. Und, das hier ist aber auch schon wieder grad schlecht. Hä, warum sind denn die immer noch... Hä? Sind total schwach? Geht ja gar nicht damit. So, jetzt bestätigen hier, und dann bin ich raus, dann zurück, ich werd das gar nicht sehen hier, also wegen Zuschauen oder so, ne, also, ganz ehrlich. Okay, dann hat er jetzt den Kampf beendet, dann können wir direkt den nächsten starten, würd ich sagen. Und, muss man da irgendwie abwarten, weil da stand gerade so ein komisches Symbol. Hab ich noch nie so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Naja, probier mal das nochmal. Vielleicht ist ja jetzt die Anordnung günstiger. Aber ich glaub, so viel macht das nicht aus. Ich glaub, da werd ich wieder relativ gut, äh, schnell verlieren, mein ich. Von wegen gut. Schön wär's, wenn's mal irgendwie gut wäre hier. Naja, ich wollte eigentlich auch noch GameZap aufnehmen, ich hoffe, ich schaff das dann noch. Da wollte ich, oder hatte ich vor, so ne kleine Folge, ähm, hier Clash Royale aufzunehmen. Da hatte ich einfach mal Bock drauf, so das Spiel zu zocken und da ein paar Videos rauszurendern und hochzuladen. Aber hab ich jetzt doch nicht geschafft. Und alter, mit den Leuten ist hier echt nichts schaffbar. Kann ich vergessen, glaube. Hätte ich anders eingeschätzt und mir anders erhofft, aber man sieht ja, was los ist. Die sind Max-Level einfach und schaffen nichts, aber gar nichts, alter. Bin ich ja wahrscheinlich mit denen hier besser dran. Ich probier das jetzt mal mit denen. Und, ja, dann nehmen wir die. So. Ah, ich hab jetzt hier 84 von denen noch irgendwie frei. Ich weiß nicht genau, was das wie gesagt bedeutet, aber wir werden sehen. Ich hoffe, die sind hier stärker. Also ich hab die zumindest besser in Erinnerung. Nur wie gut die waren, weiß ich jetzt auch nicht. Oh ne. Ach, nein. Was war das denn für ne Nummer? Ne, das ging ja gar nicht. Dann waren das die anderen, die besser waren. Dieser, äh... Wer heißen die? Ich weiß nicht genau. Ach. Das geht gar nicht. Gefecht läuft, als gäbe's noch irgendeine Hoffnung, ey. Tschüss hier. Schnell raus. Das ist ja absolut dämlich, diese Kämpfe hier. Ey, ich weiß nicht. Ich glaube, ich beende die Folge jetzt schon. Weil ich hatte ja früher auch manchmal so vier Minuten Folgen. Das reicht schon, würde ich sagen. Äh, ja, schneiden werde ich so heute zwar nicht mehr, aber zumindest habe ich dann schon mal die Aufnahmen später fertig. Und, ja, zumindest habe ich heute auch noch, by the way, die Folgen von letzter Woche geschnitten. Das ist ganz gut. Da habe ich das schon mal weg. Aber, ja, egal, ich beende jetzt hier einfach und, ja, war mal wieder absolut scheiße. Egal, wir haben alles gemacht, was wir machen müssen erst mal. Und damit bin ich raus. Dann ciao.